Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Walking Z. Heute mit Staffel 5, der letzten. Leider war ich jetzt eine Woche, ich glaube, es war eine Woche nicht da, ich war krank. Aber jetzt geht es endlich weiter, ich bin so gespannt. Spielstand importieren, jepp. Nach Entscheidungen suchen, lokalen Speicherstand importieren, ne? Ja, ja, genau. Oh, save one. This? Oder wie? Oder wat? Oder wie oder wat? Achso. Ne, oh mein Gott, okay, ja, dann das ja. So. Die Fortwahl erfolgreich. Supi denn. Start mal. When the dead started walking, I was small and alone. Until a man named Lee became my protector. Lee. Lee protected other people, too. But he couldn't save everyone. Huh? Wir haben sie zurückgelassen. Aus Versehen. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. But he got bit. Because of me. And even in the end. He was still teaching. Immer in Bewegung bleiben. And always keep moving. As much as you can. Move. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. Clicking um fortzufahren. Ja. Das war traurig. I met another group after that. Broken people. Running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. Light on. And I started to take care of him. But then. Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around. I had to make the call. I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hit him to make a point. Knowing what they'd done. Ja, das war so unnötig einfach von ihr. I still decided we were better together. For AJ's sake. But like everything else. It wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked. But I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. I thought maybe they were right. I said my goodbyes. I regretted it later. I searched for a long time. Just when I gave up hope. I found him. We're searching together now. For a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have. And I'll protect him with my life. Just like Lee did for me. Oh man, ich will nicht, dass es die letzte Staffel ist. I have to steal my life. Hey. Ich bin der Englisch. Und wenn der S in den Rückspiel annimmt? Okay. Okay. I don't like goofball. I'm too big for it. Huh, so I guess you're all grown up now. Yep. Well, let me drive. I'm not letting you drive. What's wrong? A.J., hungry. Für Wensi, die Maus, muss ich Angst hier sehen. Das hat man hier auch spät. Gut, hier, guck mal, was ist das denn hier? Was will ich haben? Chips? Hä? Warum kann ich ihm die Chips nicht geben? Ist das Brokkoli? Er hat Hunger. Und ich kann ihm nicht die Tüte geben. Sondern nur eine Zeitschrift, was wohl... Na gut, ich geb ihm... Hey there, Alvin Jr. It's me, Disco Brokkoli. Word on the street is that you wanna eat me. Is that true? Do you wanna eat me? Come on, Clem, I can't eat a toy. Oh, man, my feelings are hurt. My stomach hurts. Hm, sassy. Yes, thank you very much for me. Yes, thank you very much for me. Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat, oven, place, cream, vanilla beans into a saucepan and bring to a boy here. Uh, on second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Natürlich geb ich ihm jetzt ganz die Schütze. About all we got. What about you? Ach so. Go for it. We'll find something else soon. Gut, hier lädt das auch wieder so lang. Aha. Aber was mit Javier, 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 warum gehen wir da nicht hin? Zu dem vorliegen. We gonna do it? Think so. Looks clear. We're doing it. We're doing it. Okay, ich nehme einfach mal das hier mit. Warum auch nicht. Ach so, kann ich mitnehmen. Na ja, dann, 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 dann. Das da. Und das da. So, was gibt's hier noch? Um zurückzuweichen, okay. Das war's. Ich finde, er ist ein Okay, das ist irgendwie echt cool. Das wird irgendwie... Okay, das wird, glaube ich, von Staffel zu Staffel immer fester, aber ist ja schon die letzte. So, was ist das? Noch ist sie noch, genau. Ähm. Ah ah, kriegt er mit Benz. Brücke eh zum betäuben oder kurz zum töten. Das hat ja ganz gut funktioniert. Okay, verstehe. Halt das Schiff gedrungen. Brennen kann ich jetzt also aus. Ja, cool. Das erinnert mich so ein bisschen an... Ah, ich... Ach mein Gott, kann ich das so sagen? An The Last of Us? Nee, okay, gut. Worauf ich übrigens auch mega, mega Bock habe. Ich liebe ja The Last of Us über alles. Okay, die ist verschlossen. Ist das... War das Wasser? Kannst du doch filtern. Irgendwie mit dem Bratpapier oder so. So kann ich mich auch bucken? Nee, ich kann den Garten getrachten. Aber das können wir doch verwenden. Also wir haben irgendwie nur eins. Pinke Wasser... Ja, kann man das nicht irgendwie... Ich glaube, das ist aber schon gefiltert, oder? Also das klingt jetzt irgendwie dumm, oder? Irgendwie sah das gerade hier aus wie so gefiltert. Ich hab nichts gesagt. Äh... So, von da kommen wir nicht rein, aber irgendwie ist mir das... Oh, cool. Nimm den Rehschädel. Ich nehm den Rehschädel. Ich nehm den Rehschädel. Ich nehm den Rehschädel. So, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Ich nehm den Rehschädel. Oh, das ist ein bisschen Marsch. Oder? Ich weiß nicht, ob uns das hält. Gut, wir werden es sehen. Okay, wollte ich jetzt doch nicht schaukeln? Schaukel, kleiner. Hier kommen wir nicht hoch. Kann ich den durchsuchen? Nee. Hinde essen. Ich bin stets bemüht. Hinde zu einer mitzupassen. Das machen wir dann mit dem Rehschädel, bitte. Das ist ein nützer. Ja, jetzt kann ich das aufbrechen. Shift. Blah, mir geht oder wir sind. Inside the new place, wir prüfen. Scheiße. Genau, das wollte ich eh sagen. Alles gut, super. Oh. 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 Monsters. All tied up. Sie können uns nicht holen? Nein. Nein, sie können nicht. Die Fenster sind alle verbunden. Das ist nicht. Das ist nicht. Bitte ein Kartenhäuschen. Wollen wir betrachten das Beißerpärchen? Wollen wir betrachten das Beißerpärchen? Oh, Zettel! Nice! Was steht da? Ihr wolltet... Was haben wir denn hier? Ach, die haben sich selber so... Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Okay... Durchsuchen nach Schlüsseln. Ich glaub die zog gleich eh zusammen. Weil ja, sie sind reich. Wow... Diese... okay, ich mach das so. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Kannst du die nicht einfach... Erlösen? Wenn er Schlüssel hat, dann... Also... Ich würd die jetzt nicht so lassen. Ich würd die... ich würd die... ich würd die... Töten... Also... Dass sie... wirklich... Tötter als tot sind. Als jetzt. Dann würd ich die... Schön... schön begraben. Schönes Pärchen. Wie es gewesen wird. Aber wenn er das Schlüssel hat... Okay. Dann brechen wir es halt auf. Und unsere Brechstange auch. Das haben wir hier. Das sind unsere Option. Ein weiteres Schlüssel. Es ist dark in da. Wir sollten die Monster töten. Sie sind nicht Leute. Sie sind Leute. Sie sind Leute. Und als Leute... Sie sind alleine. So, was ist das? Was ist das? Also ich find wirklich, wie ich grad schon gesagt hab, dass wir das Paar töten. Das ist doch kein Frieden. Oder? Wir können sie... Hoffe... Dass wir die... Irgendwie dann begraben können oder so. Ich weiß es nicht. Sonst... Würde ich halt wirklich das Paar... Töten. Vielleicht wussten die ja nicht, dass... Dass sie sich nach dem... Brot verwandeln... Wenn sie sich so... Na nicht den Hirnstamm kaputt machen. Also würd ich sagen... Töten das Paar. Und ich hoffe, dass... Wenn man von sie begraben ist. Ist... Ist halt wirklich... Das ist Frieden. Oh, die halten bei der Händchen. Das hab ich vorhin gar nicht gesehen. Aber so ist doch auch Frieden. Besser als wenn ich sie da unten... Okay. Sagst du mal. Ah, doch natürlich. Sonst wären die doch nicht gefesselt. Natürlich wussten die, dass sie sich verwandeln. Okay, ja gut. So weit hab ich jetzt schon wieder nicht gedacht. Egal. Huh. Sie hatten eine gute Sache hier. Können wir hier bleiben? Wir sehen uns. Noen ist hier. Noen ist hier. Noen ist hier. Noen ist irgendwo. Es ist immer nur Monsters. Ich bin hier, kiddo. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin nicht jemand. Das ist nicht was ich. Ich bin hier. Ich bin hier. Kugel sind, was wir sagen? Du kennen das immer. Alles schwer. Das stimmt. Okay. Komm schon, wir schauen uns. Es muss einiges sein, was wir brauchen. Ich hoffe es. Es ist nicht der schlimmste Ort zu schlafen. Nein. Nein. Oh, schlafen. Wir sehen uns ein Kind. Ja, die ist leer. Da will ich auch nichts mehr draus essen, wenn ich so rauskomme. Da will ich auch nichts mehr draus essen, wenn ich so rauskomme. Ja. 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 Oh, okay. Hey. Kein Kind, aber ganz viel Vorräte. Toll. Ja, toll. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das ja gar nicht gedacht. Okay. Man ist nirgendsicher. Schnell weg. Einfach abhauen. Ja. Ja. Ja, wei... ... aus für seinen Weg. Ja, okay. Okay. Wir müssen uns wieder zum Auto zurück. Ihr wissen was, was müssen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich werde den einen Augen langen, an ich auf dem Weg zurückziehen. Let's get to the car. 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 Wo? Wo wurden wir auch gerettet? Ich bin geklappt, wie er das hat. Ich brauche keinen Appdruck mehr. Geht auch mit dem Maustester. Was ist dieses Ort? Okay, schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Okay, warum nimmt sie das denn nicht, wenn die Kamera da schon so drauf schwenkt? Ja, ich will wissen, was da drin ist. Wir nehmen mal den Stuhl. Ja, das reicht doch, glaube ich. Wie weit wird sie noch einschieben? So, jetzt, 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 jetzt bitte. Okay, ich weiß zwar nicht wofür. Hätte ich die erstmal noch gar nicht sehen dürfen. Spachtelscharf genug. Warum lass mich raten, hier aufzubrechen. Hä, okay. Ich betritt das Zimmer. Ich gehe da noch mal kurz rein. Oh Mann. Ich wollte mich doch mal umgucken. Okay, man kann hier wirklich jetzt, glaube ich, sich mehr umgucken als in den letzten Staffeln. Guck mir das nur so vor. Äh, prüfe die Tür. So, aber wir haben den Spachtel. Hm? Die Tür kriegen wir natürlich nicht auf dem Spachtel. Wie hätte das gedacht? Wie gibt's die Tür? Oh Mann. Oh Mann, wie ist das? Ich weiß nicht, wie Sie die Türpläden einfach nicht dienen. Oh Mann. Das ist A.J. Hä? Das ist doch A.J. oder nicht? Bin ich doof? Nein, ich bin doch hier. Hör mir den Knife. Wenn du das gleiche machen kannst, wir können dich nicht so gut. Das ist so gut. Er ist sicher. Ich werde dich sehen. Hey, die sehen sich aber voll ähnlich. Außer, dass er eben nicht mehr so volles hat. Ich bin nicht mehr so voll. Hey, du siehst. Ja, ich nehme precautionen. Nur in case. Seid ihr sorry für jemanden, der sich interessiert. All ich interessiere, ist mein Junge. So, es scheint. Aber trotzdem, ich entschuldige. Tyingen Leute zusammen ist nicht genau etwas, was wir hier genießen. Aber du bist sicher, und so ist dein Freund. Komm schon. Los geht's mit deinem Junge. Ich bin... Du hast schon seit ein paar Jahren gelebt, oder? Ja, wir sind auf der Straße lange. Ich denke, du kennst dich, wie du dich selbst verstehst? Ich denke, die Leute unserer Zeit allein in der Wilde sehen. Ja, ich mache das, was ich kann, um zu gehen. Nichtsdestotrotz. Ich mache das nicht. Wir machen das, was wir müssen. Es ist gut, dass wir dich gefunden haben, als wir das gemacht haben. Es war nicht leicht, dich aus der Reck zu entfernen. Die Walken waren auf der Weg. Die Auto, war es totale? Ja. Fuck. Wir mussten arbeiten schnell. Ich weiß nicht, was hätte passieren können, wenn wir nicht gesehen haben, die Schmuck. Ich... Ich mag es. All alone, mit dem Kind? Es ist nicht ein Wunderschön. Ich habe ein paar Schmuck. Uh, hi, da. Oh, hi. Was ist das Problem? Du bist nur neu. Wir haben nichts wie du, oder? Was ist das? Du kannst wahrscheinlich sagen, es war eine Schule. Jetzt ist es, was wir wollen. Und wer ist in charge? Ich bin... Ich bin. Wahrscheinlich klingt strange. Kinder fahren durch die Kinder. Aber wir machen es gut für uns selbst. Wir haben gute Wallen, gute Defensoren. Und eine gute Location, auch. Keiner wirklich kommt aus dem Weg. Keiner Kind. Es ist nicht immer so. Die Leute verlassen, sie sterben. Es gibt mehr von uns in der ganzen Welt. Ich habe ein System in der Lage, dass es gut funktioniert. Ich mache es formal. Welcome to Ericsson's Boarding School für Troubled Youth. Du und dein Junge, fühlst du beide in die Beschreibung. Es ist schwer zu leben zu lange diese Tage, ohne sich ein bisschen... Troubled. Du hast mich und A.J. all wrong, Marlen. Ein paar pure Angel. Jury ist noch auf dich. Aber ein Angel, dein Junge ist nicht. Es hat ein bisschen Terror, seit er zu kommen. Entschuldigung? Er ist nur, dass er nicht glücklich ist ohne dich, ohne dich. All. Yo! Marlen! Wir haben walkers auf dem Fenster! Shit. Ich muss mich um das zu tun. Mit Willi, es ist wahrscheinlich zwei Grandma Walkers und ein Angstwirtel. Du hast einen größeren Fisch. Die Kinder sind da. Ich glaube, er ist mit Louis. Louis? Oh, genau. Just listen für die Musik. Du findest ihn. Geh ein bisschen, Willi. Und wo ist dein Weapon? Okay. Sie klingt, als wäre sie überall. Sie klingt, als wäre sie überall. Was soll ich die folgen? Oh, ist das laut! Ja, wohin? Oh, das ist verrammelt. Ach da. Oh mein Gott, ist das laut! Bist du mit mir? Gah! You little mother f mal. Hey. Hey! Uh. About time you woke up. Your little boy just bit me. He's lucky I didn't took a boot to his head. Nearly took a chunk out of me. I don't believe you. A.J. wouldn't do something like that. I'm telling you, he would. And he did. Und du hast den Nürf, um zu sagen, dass du mir nicht glaubst? Scheiße, du! Was? Oh, Angel ist ja auch viel kleiner als der von Gardo. Clem! Aber die sehen sich doch so ähnlich. Du bist okay! Ich hatte Angst, dass du... Ich bin okay. Und du wirst, was du bist? Was? Tickleisch. Okay, das funktioniert. Aber, AJ, hör auf mich. Die Frau da draußen sagt, du bittst sie. Ist das wahr? Ich bin sicher, dass sie dich nicht erwartete. Ich bin sorry, AJ. Sie hat mich aufgelen. Ich wollte sie nicht. Ich weiß, dass du nicht. Aber nicht mehr Bites, okay? Nicht mehr Bites. Du bist nicht tot, das ist gut. Ich habe dich aufgelenkt. Ich habe dich aufgelenkt. Mein Name ist AJ. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe dich keine Probleme gemacht. Er war ein bisschen eine Handvoll. Aber ich habe mich ausgelenkt. 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 Vielleicht ist es später. Dann geht's. Woher es gehört. Wie es gehört. Das kann nicht gut sein. Das ist größer als er. Ist es tatsächlich loaded? Ich versuche, er ist ein besserer Schuss als du. Hey! Hm. Stop. Now. Dreadful sorry, Clementine. What do you think, AJ? I don't know. It's loud. It is. Loud is bad. Not always. Come press this key. Come on. This one right here. Go ahead, AJ. Press it. Now press this one. And this one. You're a natural. Hey. Have you seen Rosie? Nope. Shit. Got a bit of a situation out there. Need to ask, you're just coming two and all, but could really use a hand. You up for taking out a few deadheads? You too, Louis. Get your ass in gear. Huh. Fine. Hey, Rosie! Where the hell is she? You give her her weapon back? Good. We're gonna need you to put it to use. We've got a hunting party out there trying to get back inside. Need our help to clear the way. Seems to be a few more than usual these last couple days. It's almost like something drew their attention. Something like, I don't know, an explosion or a car crash. Bye. What? Just saying, there's gotta be some explanation. Are you insinuating something? You know, just speculating. Hello, Clementine. I'm Violet. Nice to meet you. Partsy, okay. Okay. I need you to watch my back. Call out from inside if you see anything. Cool? Okay. See you on the other side. I need you to watch my back. I need you to watch my back. Call out from inside if you see anything. Cool? Yeah. Okay. See you on the other side. I need you to watch my back. Clem, monster! Clem, monster! Gut, ähm. Nice one, Clementine! Could use a little more finesse, though. Watch and learn. Hey, over here! Follow me! Ow! Okay. And that's how you school a walker. There's a whole bunch of traps laying around this area for these asshats. They're all marked, so keep a lookout. How many of them are coming out? I've never seen a lot of traps. Oh, I've never seen a lot of traps. Oh, I'm not. I can't even see anything. I have to push. Let's move on. Oh, I have to push. Man, I don't see anything else. Wow, I haven't seen an attack. I haven't seen a lot of traps. Looks like they made it back to one piece. Come on, meet them halfway. Weh! Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, aber warte, ich verstehe. Warum kann ich den denn nicht mehr spielen? Okay, da muss ich mich echt noch einbauen. So, jetzt... Ich hab keine Ahnung, wer es jetzt hier ist. Oh, jetzt kommt der auf die Hüte. Der mit Kiebe zu. Der macht das hier nicht mehr. Der macht das dann nicht mehr. Der macht das dann nicht mehr spielen. Ja, ich mach dann jetzt mal eben schon so besser. Okay, das check ich noch nicht so ganz. So, das ist die Hüte da. Wir laufen jetzt vor. Und dann laufen wir den einen mit E auf. Wir laufen jetzt mit E. Und dann können wir drücken. Oh! 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 Again崩CK Oh! Oh!! Ja! Oh, oh!" Oh Oh! Hey, schenk das nicht. Was soll ich denn machen? Soll ich den nicht töten damit? Dann lass ich ihn zu mir kommen. Ich bin nicht. Ich töte beide. Ich dachte, ich kann beide. Leute, ich hab keine Ahnung. Jetzt geht es doch mal. Ich hab keine Ahnung. 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 Ich weiß, du bist nicht so schlecht, als ob die Situation alle. Danke. Wir müssen diese Leute auskennen. Wir brauchen die Leute zu retten. Wir brauchen sie mehr Walkers zurück. Das ist so cool. Das ist so cool. Um. Schnell, los sieh! Schnell, los sieh! Oh Gott, los te. Ssshh, hey, hey. Es alright, girls, alright. Hey, see you and Rosie are making friends. Oh Gott, los te... I've had a bad experience with the dog lines. Well, Rosie here can help you get over it. Oh, she's as cuddly as they come. Oh, except when she's mauling walkers, that is. That walker came out of nowhere. All right, all right, fun's over. Let's get inside. I'm fucking starving. You're not the only one. Oh, my God. How'd it go out there? How do you think it went? Be nice, Asim. The safe stone's nearly dry. I could barely find enough for tonight. We're gonna have to scout out further if we want food for the winter. We'll talk about it later. Bullshit. We should talk about this right now. I said later, damn it. Still standing, I see. I'd call that a B-plus performance there, Vi. You've done better. Fuck off. B-minus, then. Now, Clem here, that was a solid A. A-plus, even. Don't be jealous, Vi. Be better. You did a good job out there, too, Louis. You're too kind. And accurate. You're falling right into his trap, you know. Trap, Schmap. She's just speaking the gods honest. So am I. They're pretty good. With the monsters. Come on, y'all. Boots, please. Ouch. AJ! Oh, shit. Yeah, you can't really walk up behind him. He's got a thing about that. A painful thing. He can't go around punching people in the... I don't want to expect him to eat at the same table. I'll talk to him. Hey. Hey. What are you looking at? What's that bird doing? That's gross. He should stop. That bird's a crow. In school, they told us they're called scavengers. Can you say that? Scavengers. No. Scavengers. Scavengers. What's it mean? It means they don't hunt like us. They just eat stuff that's already dead. Huh. Scavengers are gross. Oh, yeah. I didn't mean to hit him. I didn't know that it was Marvin. Marlon. Right. AJ, I'm sure they'll forgive you. But we should go talk to them. But... But I don't think they like me. I can just tell. They don't. Hmm. If they don't, let's go show them how wrong they are. I think I'll stay here. With the bird. AJ, listen. We haven't eaten for days. The car is gone. All that's outside these walls are walkers. Do you really want to go back out there? No. So, we should apologize to Marlon. Right now? Well, we can work up to it. Let's talk to the other kids first. This AJ, everyone, to find. Genau, that's what we're doing in the next episode. That's right, right, so nice. Yeah, you have to look at the whole thing and so. Okay, I'm there for watching. See you in the next episode. Oh, that's nice. Oh, hi. Voll schön. Okay, also wir sehen uns dann in the next episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sorry. See you in the next episode. Bye. Bye. Bye.